Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder Tüberfakrallmeister mit dem Lesbe von Albione und ja, beim letzten Mal waren wir in dem Dungeon unterhalb des Druidenhauses und die erste Ebene haben wir hinter uns, jetzt kommt die zweite Ebene und vor uns haben wir eine verdächtig aussehende Bodenplatte und es scheint als würde sie beim darüberlaufen einsinken können und das wird sie auch. Aber wir haben noch was anderes hier, hier ist ein freies Feld und dann ist hier eine ganze Reihe mit so grünen Feldern, durch die wir nicht durchgehen können, aber hier ist ein Gang, eine transparente Wand aus sehr stabilem Material, ja es sieht transparent aus, aber es ist tatsächlich undurchdringlich und was wir jetzt machen müssen an dieser Stelle ist auf die Bodenplatte gehen, das ist das einzige was wir machen können, Aber aus dem Messing umfassten Loch im Boden kommt eine Flamme, so und die bewegt sich auch schon direkt auf uns zu, die haben ein zufälliges Bewegungsmuster, aber dadurch verschiebt sich da im Hintergrund das Loch, was auf der linken Seite war, weiter nach rechts, bis wir dann den Durchgang frei haben und eine Flamme hat uns erfasst und sie machen sehr viel Schaden, man muss da ziemlich aufpassen, dass man sich von denen nicht erwäschen lässt, weil Leute gehen gerne mal bewusstlos, ich laufe mal von dem Loch weg, weil da kommen ja neue raus, bis zu einer bestimmten Stelle, wie viel muss ich noch? 1, 2, 3, 4 Ist das schon? Ne, noch einmal, so, jetzt haben wir es, ich gehe mal hier raus, ach so, jetzt haben wir es geschafft, ja die Flammen kommen hier nicht durch diesen Gang durch, im Grunde genommen sieht man hier ja so blockierte Pfade, sind das auch alle blockierten Pfade? Oh, da ist tatsächlich noch was Und man musste das eben immer so lange auf den Schalter gehen, bis dann hier der Durchgang hier ist, an der Stelle, wo er jetzt ist Und das ist das Rätsel, nur die ersten, ich weiß nicht, wie viel kommen da jetzt raus? 4, 5 Flammen? Und danach kommen aber keine neuen mehr, also man hat nicht die Gefahr, dass man von denen, äh, eingekesselt wird Es gibt eine begrenzte Anzahl von, ähm, Flammen, die da rauskommen Hier ist ein weiterer Schalter, der hoffentlich was ausgelöst hat Hier müsste eigentlich ein Durchgang sein War das meine Aufzeichnung, oder war das auf der anderen Seite? Muss ich gucken Wenn ich dann nochmal draufgehe Dann, äh, ist es wieder Ja, hier hinten, toll Ähm Oh, oh Flammen erfasst die Gruppe und jetzt ist einem bewusstlos geworden Und, äh, ja Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des ganzen Prozederes hier Aber eigentlich muss ich was nachgucken Ja, okay, läuft Ja, manchmal Hypercam hat die Tendenz, weil ich hohe Framerate eingestellt habe Dass er dann meckert, dass die Framerate Du kommst hier nicht rein Oder doch Holy shit, das Ding kommt ja wirklich hier rein Okay, krieg da, krieg da nicht Oh Mann Hey, ich dachte, ihr dürft hier nicht rein Ihr fiesen Gesellen Das tut sich hier auch nichts Hier müsste eigentlich ein Durchgang sein Ich hoffe, dass ich durch die Wand gehe Passiert auch nichts Haben wir die Flamme da eingesperrt Sehr schön Äh, das sollte eigentlich nicht passieren Aber anscheinend passiert es dann doch mal Ähm Ich bin ein bisschen verwirrt, was das jetzt angeht Weil, ähm Da muss ich auch mehrmals draufdrücken Auf diese Platte Bis dann da was frei wird Ich meine Wofür ist dieser Schalter sonst gut? Das erschließt sich mir so nicht ohne weiteres Da ist nämlich was Ich meine, es ist nichts, was wir unbedingt brauchen Aber es ist, äh Ja, da Vielleicht wird es ja freigeschaltet Durch irgendeine andere Aktion von uns Hier ist mal wieder ein Brunnen Folgen die Flammen uns Ich hoffe nicht Weil in dem dichten Gang Kann ich denen schlecht ausweichen Hier ist Ein Schloss Äh Sira Würdest du mal bitte übernehmen Aber dieses Schloss kann nicht geknackt werden Das ist der Hinweis, dass auch mit Dietrichen da nicht zu machen ist Das ist keine von Den Äh Truhen, die der hält Der namenlose Held in Gothic Wo er dann sagen würde Hier Ich brauche einen Dietrich oder sowas Er würde dann einfach sagen Ähm Ich brauche den richtigen Schlüssel Und dieses Schloss kann auch nicht geknackt werden Ja, im Grunde genommen haben wir zwei Türen Und keine davon können wir verwenden Das einzige, was hier noch ist Ist eine Eine Falltür Alias ein Loch Und durch Löcher kann man Also kann man runterklettern Gut, dass wir Drr dabei haben Der ein Seil hat Das können wir hier benutzen Und äh Um uns in die Tiefe zu lassen Und die anderen folgen In Nicht ihm Aber ihn Und so kommen wir dann hier erstmal weiter Diese Tür schwingt auch so auf Schauen wir mal Wer sich hier verbirgt Ähm Äh ja Das ist eine Stufe wieder nach oben In die obere Ebene Und wir landen Hier An der Tür Die gerade eben noch verschlossen war Oder auch weiterhin verschlossen ist Es sei denn Wir finden eine Art von Schalter oder sowas Kann nicht geknackt werden Müsst ihr meinen Dass zumindest auf einer Seite Des ganzen Prozederes Eine Ein Schalter ist Oder sowas Was ist das denn hier Das sieht ein bisschen verdächtig aus Aber es ist doch nur Schmutz Tja So Dann kommen wir hier auch erstmal Nicht wieder weiter Sondern müssen diesen Gang entlang gehen Und äh Haben ein paar Varniaks hier Aber zum Glück hinter einem Gatter noch versperrt Und dort haben wir einen neuen Gegnertypus Das sieht aus wie eine Hand mit Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Oder warte mal Zehn Habe ich da einen vergessen Ich glaube Zehn Ja Ich glaube Zehn Eins Zwei Drei Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Zehn Fingern Die sich um ein Ja Ein Gesicht Befinden im Grunde genommen Diese Kreatur hinter der grünen Wand Bei ihrem Anblick bricht mir der kalte Schweiß aus Wer sagt das überhaupt Es ist als ob alte längst vergessen geglaubte Ängste wiederkehren Das ist ein Dämon Eine magische Kreatur Ein Symbol der Angst Tja Das ist die Furcht Gibt es auch wieder in den Variationen Eins, Zwei und Drei Alle Gegnertypen hier Und äh Momentan ist es noch hinter so einer grünen Transparenz Wand Undurchdringlich Auch für diesen Geist oder Angst Dämon Die Furcht Ja Und das sind so Klauen Um ein Gesicht herum Angeordnet Ich würde es als Gesicht bezeichnen Das sind zwei Also Augen Und so ein Mini Mund Ähm Ja Sieht schon Äh Bizarre aus Hier haben wir noch mehr Gatter mit Barneyaks Ja Und jetzt ist die Frage Wie kommen wir jetzt an denen vorbei Oder wie kommen wir hier weiter Es gibt drei Türen hier Ich muss eine finden Diese Teile sind übrigens keine Manipulierbaren Elemente Ich dachte immer dass wenn irgendwelche So Räder Die man drehen könnte Aber das ist einfach nur Deko Und äh Ist kein Schloss dran Kann ich es aber manipulieren Ja Und die Barneyaks greifen an Okay Ja dann machen wir mal einen Kampf gegen Diese Barneyaks hier Barneyak 3 ist unter anderem Und ähm Ja Eiszauber sollte ja reichen Sollte Müsste Um dieser eine Raum da gerade eben Das ist eine Truhe und Gerümpel Wo kommt man da hin Hm Vielleicht muss ich Woanders einen Schalter auslösen Ist doof ist nur die Flammen da Die sind natürlich besonders nervig Ah ne Drei Okay Wir können auch mit Meltas mal einen Feuerball oder sowas sprechen Damit er den Barneyak 2 erledigt Der dürfte ja nicht viel benötigen Ein kleiner Feuerball ist das übrigens Ja Hat ihn erledigt Und ähm Auch den Dreier hat es erledigt So Eine neu entdeckte Technologie Doppelklick Erleichtert uns das Grabschen von Gegenständen Am Ende ist etwas gerümpelt Das wir manipulieren können Ein verziertes Schwert Hm Ganz nett Aber wir haben ja schon unser Flammenschwert Aber so kriegt man auch in den Dungeon nach und nach Eben alle Möglichen Alle möglichen Waffen Man kann die meist immer irgendwo finden Ich will das nicht auf eine Linie richten Das ist ja hier der falsche Zauber Der ist das Okay Los Wett groß Ich aktiviere mal hier eine Lichtlampe für mich Lichtlampen aktivieren So Warniak 1 Warniak 3 Warniak 2 Tom hat es geschafft Dr hat es irgendwie nicht geschafft Mit seinen 2 Attacken Aber jetzt Gut Ich dachte ich muss mir schon Sorgen machen Die Kampfkünste meiner Mannschaft Aber das ist nur normales Gerümpel Nichts Verwendbarem drin Ja und äh Befürchte mal die Die Furcht wird sich offenbaren Oder wird sich aktivieren Sobald wir hier Alle Gänge aufgemacht haben Einmal Das sind nur Warniak 2 Ich weiß nicht wie schnell Furcht 1 war Ich glaube das war Es sieht gefährlich aus Aber Furcht 1 ist der schwächste Furchtgegner den man treffen kann Und von daher ist es Unab so wild Was wird natürlich cool angekündigt Das ist ein Dämon der Angst Aber Es ist nur einer Einer der Stufe 1 Ah das ist der Schalter Okay das sollte ihn jetzt befreit haben Jo Da kommt er schon angeschwebt Und ein Angriff So Furcht 1 Du gehst da hin Sira du wendest hier Frostlawine an Vielleicht reicht das ja Au Furcht ist schneller als Sira Selbst Furcht 1 Wir brauchen dringend ein Upgrade Für Sira Bezüglich ihrer Geschwindigkeit Ich glaube wir könnten das hier unten In diesem Grad Ogle Dungeon Wie ich ihn mal nenne Auch kriegen Und ähm Okay Furcht sollte man nicht unterschätzen Niemals unterschätzt die Furcht Na Das ist platt Gibt aber auch nur 25 Erfahrungspunkte Also viel kriegt man dadurch nicht Und hier ist eigentlich nur eine Truhe Die sich so öffnen lässt Und wir finden einen Türschlüssel Was natürlich gut ist Weil ähm Ich wüsste sonst auch nicht Wie wir diese anderen Türen Da alle aufkriegen sollten Tja mehr ist hier wohl nicht Nö Okay Dann haben wir Diesen Abschnitt Soweit geklärt Hab ich noch was übersehen? Nö Vielleicht Ne doch nicht Ich denke gerade Da ist ja was Aber das Kriegt man von der anderen Seite Gut Schlüssel haben wir Dann können wir auch weiterkommen Treppe wieder hoch Sera sollte natürlich Wieder ein bisschen Aufgefrischt werden Samenkörner haben wir Dicke genug Wer trägt eigentlich meine Blauen Haltränke hier Rainer unter anderem Okay Ich hoffe ich muss die erstmal Aufbrauchen So Wer hat den Schlüssel jetzt Was Drr Ja Schloss ist offen Und wir sind wieder in dem Raum Wo jetzt hier rechts von uns Das Loch ist Und alle werden müde Na toll Jetzt kriege ich diese nervigen Meldungen Dennoch Was ist hier Einen Moment mal Sind die Flammen weg Sind weg Das ist gut Dann habe ich hier die Muße Hier mich in Ruhe um zu sehen Wir müssen hier keine Schalter Irgendwie Das sind dann meist so kleine Gelbe Punkte Die in der Wand stecken Später in einem Dungeon Werden wir davon Nicht genug kriegen können Vielleicht muss ich das Jetzt mal betätigen Das löst auch nichts aus Dieser Schalter Verwirrt mich maximal Weil Wofür ist der gut? Gibt es vielleicht auf dieser Seite Irgendwo einen Schalter? Da ist einer Okay Alles klar Gut Ja dann müssen wir das nochmal auslösen Aber dann weiß ich wenigstens Wie ich das Ding da aufkriege Aha 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 Okay Ich muss ein bisschen aufpassen Aber jetzt kommen auch keine Flammen mehr Hey Sehr gut Das freut mich So Wo war der Schalter jetzt Einen weiter noch Ah Vielleicht habe ich die deaktiviert Indem ich die Das ist der Dafür ist der Schalter gut Damit die Flammen nicht mehr rauskommen Denke ich mal Das Geräusch aufeinanderreibender Steine Kommt von der östlichen Seite des Raums So Da ist der Raum So Guten Tag Wir haben hier Eine verstaubte Vase Syrah wirft einen Blick hinein Kann aber nichts finden Gerümpel Ist nichts drin Aber diese Tour Wird ja wohl irgendwas beinhalten Syrah wird sie mal knacken Schafft es nicht Schafft es nicht Wir machen das einfach so lange Bis es klappt Da finden wir einen Sonnendolch Ein Sonnendolch ist glaube ich Ein guter Gegenstand Und Helm mit Kristall Gut dass ich den gefunden habe Ohne den Also der ist ein seltener Gegenstand Ich glaube der ist einzigartig Und ist ein verdammt guter Helm Sieht so ein bisschen Komisch aus wie ich finde Aber Von 30 jetzt auf 41 Also 11 Punkte besser als Eine beschlagene Lederkappe Oder Kappe Und gibt 15 Schutz Das ist massiv Und damit ist Tom Der am besten Verteidigste Charakter In diesem Spiel jetzt Was Sinn macht Wenn er im Nahkampf Steht und sich Kloppen lässt Ähm Das andere war War was Ah ja Ein Sonnendolch Gut Bevor ich den anlege Es ist ja meist so Mit Gegenständen Also vom Helm wusste ich das noch Dass er nicht verflucht ist Aber von dem Sonnendolch bin ich gerade nicht sicher Ist ein Spruch drin 10 Schaden macht das Ding Und kann sie das Ding überhaupt anlegen Ja kann sie Und äh Ja Macht auch nicht mehr Schaden jetzt Wenn sie mal jemals im Nahkampf sein sollte Ist allerdings nicht Ähm Äh Von Nöten Und die Feuerklinge ist sowieso besser Wenn ich das Tom geben würde Und äh Drr hat ja sein äh Skylangschwert mit 13 Schaden Also Nicht so wichtig Okay Schieben wir die Wand wieder weiter Die transparente Wand Ne Und nochmal So Jetzt können wir wieder durch Okay Jetzt haben wir auch den Schlüssel Jetzt können wir durch diese andere Tür Die noch ist Die hier noch ist Manipuliert die Tür Oh Feuerbälle Ja Feuerbälle 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 Ähm Klassisches Rätsel Einfach warten Bis man vorbeilaufen kann Aber auch wie die Flammen Vorher machen die viel Schaden Und man muss aufpassen Dass man sich da Wirklich nicht treffen lässt Weil das ist einfach Sehr sehr ungünstig So Gehen wir erstmal hier lang Wir gucken ein bisschen hier Die Räumlichkeiten Alle werden müde Ja ist ja gut Ich weiß dass alle müde werden Aber was soll ich tun Immer noch faszinierend finde ich Dass das Licht Was Sira mal gewirkt hat Immer noch aktiv ist Wirkt das für das ganze Spiel jetzt So Was haben wir hier denn Für einen Interessanten Raum Also da ist Gerümpel Ich gucke mir erstmal das Gerümpel an Aber da ist wieder nichts drin Nur eine Tour ist dort Wie komme ich denn an die Tour ran Es muss da ja irgendwie wieder So eine Art Schalter geben Hier ist ein Schalter Das kam aus südöstlicher Richtung Also ich schätze mal von hier Äh Doch nicht Hm Ist hier noch mehr Schalter Hier ist ein Schalter In südöstlicher Richtung Scheint etwas passiert zu sein Na gut Das habe ich mir schon gedacht Aber die Frage ist Oh okay Was genau Sira Gibst du uns die Ehre Ich schaffe das nicht Das Schloss zu knacken Irgendwann wird sie es schaffen Ja Ein Lehrer für Schlösserknacken Findet man auch Aber allerdings sehr viel später erst Und ein weiterer Sonnendolch Damit haben wir schon zwei Ja das ist doch was für Melters Dann kann er das als hier Jemand der noch gar nichts trägt Tragen Gar keine Waffe Jo Aber war halt ein Sonnendolch drin Sonst war da ja nichts weiter Nö Fleischnahrung ist da nicht drin Das ist nur ein Lagerort dafür Und wir haben einen weiteren Geheimgang jetzt hier aufgemacht Dessen Ende sich ein Schalter befindet Den habe ich jetzt mal betätigt Weil warum nicht Dafür sind Schalter ja da Dass man sie betätigt Und Ich glaube Was jetzt passiert ist Was wir jetzt gar nicht gesehen haben War dass hier nämlich aus den Wänden Flammen kommen sollen Hier aus diesen Löchern Und zwar alle Ja hier kann man dann eine kleine Pause machen Bis da ein Flammenball wieder vorbei ist Dann wieder eine Pause machen Flammenball Feuerbälle schießen Hier sind immer hin und her Aber da wir den Schalter jetzt betätigt haben Haben wir das Problem nicht Was Auch wieder etwas ist Was ich beim ersten Mal gar nicht gemacht habe Ich habe diesen Schalter anscheinend gar nicht gefunden Und bin dann einfach so durchgegangen Lederschild und kleiner Lederschild brauchen wir nicht Ein bisschen Gold Gibt es hier in dieser Nische Und da muss man auch sehr genau Stehen dann Nicht dass man doch von einem Feuerball erwischt wird Und wie gesagt Die sind Sehr sehr gefährlich Und ich kann nicht empfehlen Sich damit herumzuschlagen Sich davon abbrutzeln zu lassen Hm Ist jetzt nochmal interessant Weil ich glaube Eigentlich müssten wir noch einen Dialog kriegen Betätigen wir mal diesen Schalter hier Dadurch dürfte die rote Wand verschwunden sein Die hier gerade noch war Alle werden müde Ja Ist weg Und was sind das hier? Flammen Potenziell Eine Messingscheibe am Boden Ja da kommen ja gerne Flammen raus Hinten haben sich Feuerschalen entzündet Okay wir sind hier eingesperrt Und äh wow Hier ist eine Kreatur Das ist ein Tier Ähm Der Grund warum ich jetzt nochmal neu lade Ist der Weil wir eigentlich einen Dialog kriegen Müssten Bevor wir das Wir sehen das Wir könnten das Tier von der anderen Seite noch sehen Und dann Gibt es halt einen Dialog Nicht dass es uns angreifen könnte Aber Da Hier nämlich Da Da ist das Tier Schaut euch dieses Biest an Es wirkt irgendwie Nicht natürlich Oh ich weiß nicht Es heißt Tier Es ist doch Tier pur Natürlich pur Eher wie die Verkörperung dessen Was wir an Raubtieren fürchten Was fürchten wir an Raubtieren? Stachel Eine Große rote Augen Das könnte auch das transparente Rot hier sein Aber auf jeden Fall Muskulös Zweibeinig Das fürchten wir an Raubtieren Ja sieht schon gefährlich aus Mit so Hörnern Und so Mit wunderbaren Haaren Hier ist noch ein altes Fass Aber das ist halt der Dialog Den man bekommt Genauso wie bei der Furcht 1 Äh Wird einem kurz Ein Satz dazu gesagt Ja wir treffen im Grunde genommen Das sind alles Dämonen Die man jetzt hier trifft Unterhalb von Grad Ogle Und wir kommen da so nicht ran Wir müssen einen anderen Weg zum Tier finden Und Tier ist gefährlich So hier sind jetzt Flammen aufgetaucht hinter uns Also wenn es sich vermeiden ließe Aber das tut es nicht Ja wir waren gerade eben hier Da gibt es den Dialog Und hier jetzt an der Stelle Kämpf können wir jetzt gegen Tier Kämpfen Man muss ja bloß eben hier Schalter finden Oder das Gatte einfach Heben und Sich Auf einen harten Kampf einstellen Es ist nur ein Tier 1 Allerdings sind die gefährlich Sehr gefährlich Zum Glück haben wir Frostlawine dabei Meltas ist eigentlich derjenige Der sich dann hier Schön um die Tiere kümmert Und Wow es ist schneller als Sira Und Ich weiß nicht ob es schneller als Drr Aber auf jeden Fall Hat jetzt Tom Sein Helm Der Helm hat ihn gerettet Würde ich mal sagen Und Oh jetzt habe ich nochmal den Zauber gewirkt Das war natürlich Ne doch nicht Wie Okay Und weg ist das Tier Okay Das ging ja noch Aber meist sind die nicht alleine Und dann ist auch noch Tier 2 dabei Ich glaube damit haben wir dann diese Ebene Hier soweit durch Hier sind Fallen Das sind diese Ollen hier Feuerschalen gewesen Die hinter uns aufgegangen sind Hier war der Schalter Um uns diese Feuerbälle hier In diesem Gang vom Hals zu halten Man sieht sogar jetzt auf der Grafik Dass hier quasi so Feuerspuren oder Verbrennungsspuren zu sehen sind Und hier werden eigentlich auch so Fallensymbole Weil daraus kommen die Hier kommen dann die Feuerkugeln eigentlich raus Aber durch diesen Schalter Werden sie halt deaktiviert Und man kann da gefahrlos dann durch Ja und eben mit dieser Truhe Hier auf jeden Fall öffnen Mit einem Schalter Der hier an der Stelle dann versteckt war Den man natürlich vorher freischalten muss Aber ich würde sagen Erstmal schaltet man das hier frei Deaktiviert die Flammen Geht dann hier runter durch das Loch Weil dann verschwinden die Flammen Aus dem Level Und wenn man wieder reinkommt Und den Schalter hier betätigt Dann kommen sie auch nicht neu Weil man ja vorher diesen hier betätigt hat Ja hin und her Hin und her Und ich lerne ja auch wieder was Neues dazu Auf in die nächste Ebene Die eine Ebene ist die wir schon mal erkundet haben Nämlich da wo die Furcht hier in diesem Raum sich befand Und die Vaniacs hier in den Drei Gängen hier unten Ähm aber wir sind an anderer Stelle Jetzt hier rausgekommen Wahrscheinlich hätte Rainer noch niemals gesagt Zu Tier Und dieses Tier sieht aus wie ein Raubtier Es bedient sich der Ängste der Menschen Aber es ist wissenschaftlich nicht zu erklären Bla 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 So wir haben hier Ein Haufen Vaniacs Rote Platten Und grüne Platten Passend zu den transparenten Wänden Und ähm ja Ich glaube es ist ganz logisch Was passiert wenn man auf das rote geht Dann hebt sich die transparente Wand in die Höhe Nicht aber die grüne Weil es ja Passend zu rot ist Ja im Grunde wird man hier mit einer neuen Mechanik konfrontiert Ähm Schalter Öffnen Passende Farblich passende Wände Wir haben hier ganz viele Vaniacs Vaniac 3 Einsens Ganz viele Ein paar Zweier Äh die Einser werden alle sterben Die Zweier vielleicht auch Aber der Vaniac 3 nicht Aber hey Wirken wir erstmal Unseren Zauber Und äh Dünnen das Schlachtfeld ein bisschen aus Damit wir nicht so viel So viel zu metzeln haben Ein bisschen weniger So Vaniac Un dos tres Melters Bitte beseitigen mal den da hinten Und äh Wir beseitigen indes Den Dreier Oder auch nicht Wobei Warte mal Okay Tom ist langsamer als Melters So der ist weg Vorrücken Wir können mal hier versuchen einen magischen Gegenstand anzuwenden Den Sonnendolch Richten das mal auf die Dreierei Mal sehen was das Ding macht Es ist ein Blendstrahl Und dadurch ist Vaniac 2 geblendet Ehrlich gesagt ich hab das Ding noch nie eingesetzt Keine Ahnung Das müsste ja irgendwas machen Wahrscheinlich Dass der Gegner sich nicht Nicht angreifen oder nicht bewegen kann Eins von den Von diesen Optionen Gibt's ja nur Und weitere Vaniacs Auch wieder ein Vaniac 3 Und eins Okay Äh Siehe da Du wirst ein bisschen Lebenspunkte verlieren Aber das ist alles einkalkuliert In meinen Schlachtplan Denn der Vaniac 3 Wird dich in der nächsten Runde Nicht mehr erwischen Weil du ihn vereist hast Für drei Runden Zeit genug Für Tom und Drr Ihm den Rest zu geben Ah Ist nicht gestorben Aber jetzt Und Melters hat Stufe 10 erreicht Sehr gut Lernst du denn jetzt mal langsam Deinen Dämonenvertreibungszauber Mein Freund Gerümpel Das sich manipulieren lässt Mit Rundschild Stiefeln Und ein bisschen Gold Nichts von den Gegenständen Brauche ich wirklich Ist denn sonst noch was Nö Es ist bloß Gerümpel War Wie enttäuschend Achso Alles klar Nö Mehr ist hier nicht Bloß ein Haufen Kämpfe Werden Sira natürlich wieder Auf Vordermann bringen Rainer Wir bedienen uns Rainers Überresten Seine Überreste Dienen uns als Lager Hätte man auch seine Pistole Blitzartig Hebt sich die transparente Wand In die Höhe Hier sind grüne Wände Schaut euch das an Die Bestien hinter den roten Wänden Wir sind erledigt Wenn die freikommen sollten Achtet darauf Wo ihr hintretet Sie meint Sie meint allerdings nicht Diese grüne Wand Dahinter ist nichts Da müssen wir durch Da geht's weiter Wir befinden uns eigentlich In einer großen Halle Und was sie meint Sind Diese Angreifer hier In diesen Ja Kuben Momentan noch alle Zurückgehalten Durch diese roten Wände Aber wir wollen ja Die grünen Wände öffnen Weshalb wir Tunlichst vermeiden sollten Irgendwelche roten Schalter Zu betätigen Weil dann werden die ja Freikommen Und es ist nicht so Dass ich nicht glaube Dass wir die besiegen können Es ist mehr so Dass es Nicht nötig ist Sprach er Und überlegte Ob er es vielleicht Doch wagen sollte Meine Heiltränke Und sowas Habe ich ja genug Aber die sind schon Ziemlich heftig Alle werden müde Ja ich weiß Dass ihr müde werdet Speicher ich mal Damit ich beim Neuladen hier Also der 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 Weg Den man gehen müsste Ist man darf nur Die roten Die grünen betätigen Damit man hier Dann durchkommt Durch diesen Gang hier Hier ist ein grüner Dann kann man hier So lang laufen Dass der grüne betätigt Hier muss man noch Ein bisschen weiter laufen Damit der grüne betätigt ist Und dann muss man Von dieser Seite kommen Diese hier alle betätigen Auch den hier Dann diese beiden noch Und dann auf diese Seite Nur den hier dann Und dann wird halt Das hier geöffnet Ohne dass man die Bestien Da frei lässt Ähm ich versuch's mal Die roten Wände verschwinden Und lassen die Bestien frei So das ist Tier 1 Es ist nicht der Gedachte Weg Aber es ist der Weg Der mir jetzt Ähm Gefahrungspunkte Wow bringt Und seht ihr Was für den Schaden Die Tier 1 gemacht hat Äh 37 Trotz Toms 41er Verteidigung Die er eigentlich hat Und ähm Das ist nur Tier 1 Es gibt 67 Erfahrungspunkte Tom hat immer Stufe 15 erreicht Und Tier 3 Okay das ist glaube ich Das ist glaube ich Der Grund warum Ähm das hier eine Selten dämliche Idee war Jetzt letzten Endes Weil Wir haben ja gerade gesehen Was Tier 1 anrichten kann Und ähm Auch wenn Tom in seinem Ich glaube viel mehr Verteidigungspunkte Im ganzen Spiel Wird er nicht bekommen Vielleicht noch 10 Irgendwie durch irgendwas Aber im großen Ganzen Ist er schon ziemlich Gut ausgestattet In Verteidigung Und selbst bei Tier 1 Kriegt er schon So viel Schaden dann doch Und äh Tier 3 ist ja nochmal Schlimmer Was bedeutet Er könnte uns jetzt Wegsterben Ja und Ein Treffer hat gereicht Und er ist weg Und ähm Jetzt haben wir natürlich Jetzt können wir die Zwar einfrieren Wir haben Frostlawine Ja auf Maximallevel Was gut ist Allerdings haben die So viele Lebenspunkte Es ist nicht ratsam Ähm Ja und schon Ist die Frostlawine Wieder weg Und die würden zuerst Zuschlagen Würden uns platt machen Da hätte ich den Frostlawine Natürlich früher wirken müssen Und so könnte man sich Dann nach und nach Der Tier 3 ist Entledigen Allerdings Sehe ich das An dieser Stelle Noch nicht für nötig an Dass wir jetzt Diese Erfahrungspunkte Mit brauchen Das wäre nett Hm Jetzt habe ich das Problem Ich muss es ja An einem Tier Trainieren Damit dieser Zauber Wirkt Okay Ich glaube ich mache Ich versuche erst mal Hier diese Diese Ollen hier Grünen zu machen Und wenn ich das schon mal habe Hier ist ja bloß einer Auf der Seite Südlich komme ich jetzt Von Süden Das Knurren Begleitet uns Muss schon aufpassen Jetzt kommt das Schwierigste Wenn man so will Bisschen Moos auf dem Baum In der nordwestlichen Ecke Des Raumes hat sich etwas bewegt Ja Großen und Ganzen Dürfen damit die Grünen Transparentwände Äh An der Stelle weg sein Ja Sind weg So jetzt können wir weiter Knurr 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 Hm Ah Das doofe ist Ich weiß nicht wie viel Ah gut wir testen das mal Wir testen das mal Trial and Error Wir müssen mal Wir müssen mal ein bisschen Hier experimentieren Okay Tier 1 Ähm Frostlawine Und jetzt Dämonen vertreiben Kostet 20 Spruchpunkte Wie viel hat er denn maximal Welches Monster richten Ja das ist Leider nur der geringste Monster Oder Dämonen Vertreibungszauber Den man nur auf einen richten kann Aber das könnte ja ausreichen Wenn wir drei Tier 3s haben Ähm Und drei Runden haben In der Frostlawine Um Irgendwas mit denen zu machen Um sie zu bekämpfen Oder halt diesen Zauber zu sprechen Dann kriegen wir drei Stück weg Bevor man noch In der Frostlawine Sprechen müsste Was ich auch machen werde Ich werde hier Tom gleich mal Aus der Kampfposition Da rausnehmen Damit die alle in der Untersten Reihe sind Damit keiner von denen Zumindest in der ersten Runde In Gefahr ist Attackiert zu werden Weil wie man sieht Ich habe mir 17 Schaden genommen So und jetzt kommt Meltas Stunde Tier 1 hat es nicht Abwehren können Okay Noch ein Angriff Und Tom steht Dumm da Ja ich hatte jetzt Warte mal Das machen wir anders Das mache ich lieber gleich Weil der Kampf kommt gleich danach Ich habe keine Möglichkeit Meine Kampfposition In der Zwischenzeit zu verändern Äh Rainer Du stehst vorne Ich glaube das ist Gut Eine gute Idee Im Großen und Ganzen Ist es natürlich so Dass man Diese Monster Nicht befreien sollte Weil die für Diese Stufe Eigentlich noch Viel zu hoch sind Eigentlich Für unsere Tapferen Gesellen hier Aber hey Ich glaube Diese Erfahrungspunkte An dieser Stelle Wären wirklich nicht verkehrt Weil die geben Wirklich viele Erfahrungspunkte Ich glaube das sind mit Die Gegner die Am meisten Erfahrungspunkte ausspringen So und jetzt seht ihr Der kann sich in seiner ersten Runde nur auf uns zu bewegen Die können nicht Sich bewegen und angreifen Genauso wie wir Die haben dann auch Limitationen Ich will nochmal sehen Ob Dämonen vertreiben Es wird wohl nicht klappen Ähm Wenn er sich wegbewegt Was er tun wird Dann äh Treffe ich den wahrscheinlich nicht Und das will ich natürlich auch nicht Ich will natürlich Dass der auf jeden Fall getroffen wird Und Dann nehme ich halt Frostlawine So Okay und jetzt äh Dämonen vertreiben Obwohl wir den noch gar nicht Trainiert haben Funktioniert ja bei Tier 1 Schon so Dass die wirklich Vertrieben werden auch Ich glaube bei Tier 3 Werde ich eine höhere Stufe brauchen Aber wir werden es ja Gleich sehen So Ja die bewegen sich alle Gefährlich nah Diese Kämpfe sind jetzt Mit das härteste Was ich mitmachen kann An dieser Stelle So Jetzt bin ich mal gespannt Was Dämonen vertreiben Hier Gegen Tier 3 Ausrichten kann Aber Tier 3 Hat den Zauber komplett abwehren können Ja Ich glaube ich sollte den nochmal wirken Jetzt Hier meine Frostlawine Wie viel kostet mich denn Hier Der Kristall Ah Nur 20 Spruchpunkte Wenn ich den Gelevelt hätte Dann könnten wir die alle In einer schönen Reihe Jetzt stehen Könnte ich das natürlich machen Dann spare ich mir ein paar Spruchpunkte Aber Müssen wir eben jetzt Darauf zu ergreifen Dämonen vertreiben Ja Da kannst du ruhig deine Lebenspunkte einsetzen Wir müssen den trainieren Jetzt Einmalig Damit das Gegen Tier 3 Auch wirkt Ist auch wieder abgewehrt worden Aber es wird hier zumindest trainiert Wo man sehen kann Es ist ein bisschen gestiegen Ich trinke jetzt glaube ich fast schon zu viel meiner Tränke Aber ey Wozu habe ich die geholt Wenn nicht dafür Ich würde auf jeden Fall viele brauchen Für einen späteren Dungeon Aber da haben wir die Möglichkeit Dass wir uns dann neue Tränke dann auch besorgen Also von daher Das ist eine der Stellen Wo man das wirklich braucht Wenn man es dann so machen will Wie ich jetzt So Eins Zwei Und nochmal Frostlawine Nach drei sind sie wieder frei Und schlagen zuerst zu Und werden mich platt machen Was ja auch passiert ist Durch die Frostlawine Bekommen sie auch Schaden Also irgendwann werde ich sie dann platt machen Mit Frostzaubern alleine So So Dämonen vertreiben Ja Bleibt man bei dem da Das ist ja egal Entweder wirken die Zauber Oder sie wirken nicht So Eins Zwei Und nochmal Frostlawine Ich bin wirklich gespannt Wie viele Erfahrungen Könnte wir dafür kriegen Wenn sie dann besiegt ist Aber ihr seht schon Wie viele Frostlawinen Die allein schon abkönnen So 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 Eins Zwei Und bevor sie wieder freikommen Na das ist jetzt Reines Oh Okay Jetzt haben wir sie platt gemacht Ich habe im Vergleich zu Vaniacs zum Beispiel Die mit einer Frostlawine sterben Brauchen die hier Fünf, sechs Stück Oder sowas Aber 270 Erfahrungspunkte Wurde ich Stufe 14 erreicht Und ja Da kommen sie schon an Die nächsten Freunde Frostlawine Zira rette uns Und ich denke gerade Eigentlich kommen Hier noch Noch mehr solche Kämpfe Sogar ein ganzer Haufen Sobald ich das noch im Kopf habe Dämon für Triben Bring dir das mal bei So wir haben jetzt eins Aber das erleichtert uns dann später auch die Kämpfe Die ich noch gerade erwähnt habe Denke ich gerade So Eins Zwei Und nochmal Frostlawine Ich gebe denen keine Chance Was anderes zu tun Ich glaube Dämonen vertreiben muss ich auf Maximum haben Damit das Auch wirkt Bei Tier 3 So Eins Zwei Okay gut Ich dachte schon Habe ich mich verzählt So Oh Der Zauber wurde teilweise abgewehrt Das ist auch alles was ich brauche Wenn der nicht mehr abgewehrt wird Dann haben wir sie Wenn der nicht komplett abgewehrt wird Dann werden die Dämonen einfach Nach oben weg teleportiert In den Himmel hinein Wo sie dann wahrscheinlich zerplatzen Oder sowas Keine Ahnung Falls es sowas gibt Aber ja Hey man Dann haben wir jetzt hier eine Waffe Gegen Tier 3 sogar Sehr gut Das freut mich Und der muss doch nicht mal auf Maximum sein Das reicht anscheinend so die Hälfte So Zack Und weg Er wird einfach weggebeamt jetzt Und nochmal Jawohl So kriegen wir sie weg Auch wenn er steht Nur teilweise abgewehrt Es reicht aus Dass es überhaupt Überhaupt nicht mehr ganz abgewehrt wird Dass sie einfach verschwinden Und sie hat Stufe 15 erreicht Melters Stufe 11 Na jetzt könnt ihr ruhig kommen Jetzt ist mir das Bumpe Ja Frostlawine Overkill Der Dämonen entledigen Was die stärksten Gegner im Spiel sind So wo seid ihr denn jetzt Ah da Okay Da kommen sie schon an Hört ihr Grunzen ja überall Wie ist das Wie ist das wenn ich den jetzt Auf einen Wirke Der aber Nicht mehr an der Stelle steht Kann ich mal testen Die Melters trifft niemanden mit seinem Zauberspruch Ja Ist vollkommen in die Leere gegangen Weil das Ding Er hat dahin gezielt Aber das Tier war schon nicht mehr da An der Stelle So und jetzt brauche ich eigentlich nur noch Eins Jetzt kann ich so durch Jetzt brauche ich keine zweite Frostlawine mehr Weil die hat Das hält ja drei Runden lang Das reicht ja für mich aus So Äh Du kriegst den türkisen denn mal hier Melters Und natürlich noch ein paar von Reiners Überbleibsel Er ist ja nicht tot Er ist nur bewusstlos Sterben kann man eigentlich nicht Das seien alle sterben Also alle werden bewusstlos Dann endet die Reise Torwartstufe 16 erreicht Wer bist du noch? Ein Tier Eins nur Ja An dieser Stelle kann man halt noch ein paar Extra Erfahrungspunkte bekommen Wenn man sich den Das Aufleveln von Dämonen vertreiben Hier Angewöhnt hat Tju Und ab dafür Noch ein Angriff Noch ein Tier 1 Setzt auch mal ein paar Deine Lebenspunkte ein Melters Du und Sira Durch eure Liebe Seid ihr Geheilt Oder so So Sind die Nächsten Da hinten Ich sehe so Man sieht die glühenden Augen Aus der Ferne Eher als die Rest